Ja, sehr geehrte, liebe Frau Schneider-Kempf, sehr geehrter, lieber Herr Wienerns, sehr geehrter Herr Senator, lieber Karsten, sehr geehrter Herr Hilgert, lieber Markus, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich wollte Sie hier der Präsident des Deutschen Kulturrates, Professor Christian Höppner, begrüßen. Er musste kurzfristig absagen, weil eine Krippe ihn flachgelegt hat und auch bei meiner Stimme merken Sie, dass sie auch ein wenig angeschlagen ist. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem gut verstehen. Mein Name ist Olaf Zimmermann, ich bin Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Der heutige Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in mehrfacher Hinsicht eine Premiere für den Deutschen Kulturrat. Das ist die erste Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin. Herzlichen Dank, liebe Frau Schneider-Kempf, dass wir hier in diesem wirklich wunderschönen Wilhelm von Humboldtssaal sein dürfen. Und es ist die erste Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder. Zwar haben wir auch schon mit Frau Pfeiffer-Pönsken als Generalsekretärin sehr eng zusammengearbeitet. Ich freue mich aber jetzt ganz besonders, dass wir nun auch eine gemeinsame Veranstaltung machen dürfen. Herzlichen Dank an dich, lieber Markus. Ich hoffe sehr, dass dies ein Auftakt für weitere Zusammenarbeit sein wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber auch eine Premiere meines Wissens, dass das Amt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, vertreten durch den Amtschef, Herr Wienerns, und der neue Chef der Kulturministerkonferenz, der gerade erst gegründeten Kulturministerkonferenz, Senator Broster, zusammen in einer Veranstaltung auf die Verantwortung des Bundes und der Länder in der Kulturpolitik eingehen werden. Wir als deutscher Kulturrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen es als unsere Pflicht an Bund und Länder, auch weiterhin sanft zu drängen im Sinne des kooperativen Kulturföderalismus zusammenzuarbeiten. Doch erst wenn man einen Blick zurückwirft in die jüngste Geschichte der Kulturpolitik in Deutschland, wird deutlich, wie wechselvoll die Zusammenarbeit von Bund und Ländern war. In dem von mir herausgegebenen Buch »Wachgeküsst – 20 Jahre neue Kulturpolitik des Bundes«, dessen Erscheinen Anlass für unsere heutige Veranstaltung hier ist, werden besonders die letzten beiden Jahrzehnte der Kulturpolitik in Deutschland in den Blick genommen. Das besondere Verhältnis des Bundes und der Länder spielt in diesem Buch eine ganz besondere Rolle. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich 1998 von einem Ländervertreter aus Nordrhein-Westfalen in einer öffentlichen Veranstaltung in Bonn als Verfassungsfeind bezeichnet wurde, weil ich die Einrichtung eines Bundeskulturministeriums gefordert hatte. Auch sah sich das von Helmut Kohl geführte Bundeskanzleramt damals gemüßigt, mir ein Grundgesetz zu schicken, damit ich erkenne, wie unsinnig und unmöglich der Vorschlag des Deutschen Kulturrates nach Stärkung der kulturpolitischen Kompetenz des Bundes sei. Unsere Forderung damals war nicht nur die Einrichtung eines Bundeskulturministeriums, sondern auch die Einrichtung eines Kulturausschusses im Deutschen Bundestag. Den gab es nämlich damals genauso wenig. Die Forderung nach einem Kulturausschuss im Bundestag wurde nach der Bundestagswahl 1999 erfüllt. Die Schaffung eines Bundeskulturministeriums wurde mit der Einrichtung des Amtes der Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt nur teilweise erfüllt. In dem Buch Wachgeküsst, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird ein Blick auf diese spannende Zeit und die dann folgenden zwei Jahrzehnte Kulturpolitik geworfen. Das ist ein Blick zurück in das Erreichte, zum Beispiel in Sachen Stiftungsrecht oder auch Errichtung der Kulturstiftung des Bundes, aber auch auf die Debatte der Systematisierung der Kulturförderung von Bund und Länder und vielem anderen mehr. Wer Interesse hat, kann hinten an unserem Büchertisch nach der Veranstaltung gerne einen Blick in das Buch werfen. Nun freue ich mich sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass unsere Veranstaltung heute auch einen Blick in die Zukunft versucht. Im Laufe des letzten Jahres nahmen die Beratungen der Kulturminister der Länder, sich stärker abzustimmen, zu. Im Oktober letzten Jahres, pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Amtes der Kulturstaatsminister, wurden die Länder auch wachgeküsst. Die Kulturministerkonferenz wurde gegründet, die seit dem 1. Januar ihre Arbeit aufgenommen hat. Ich freue mich sehr, dass der erste Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Senator Prosta, heute zu uns sprechen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass Kulturpolitik nun davon profitieren wird, wenn Bund und Länder beide in ihrem je eigenen Zuständigkeit, aber in enger Kooperation sich für Kunst und Kultur einsetzen. Und wenn sie dann noch die Zivilgesellschaft mit einbeziehen, kann dies nur zum Besten für die Kultur in unserem Land sein. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freiheit von Kunst und Kultur, für diese Freiheit von Kunst und Kultur zu streiten, ist keineswegs obsolet. Gerade in kleineren und mittleren Städten stehen Kultureinrichtungen und Künstlerinnen und Künstler zur Zeit von rechts massiv unter Druck. Hier braucht es Unterstützung. Auch hier ist das eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und der Zivilgesellschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Berliner Zeitung hat heute in ihrem Tagestipp auf diese Veranstaltung hingewiesen und, wie ich finde, sehr sympathisch geschrieben, dass diese Veranstaltung für jene ist, ich zitiere, die nicht einfach immer nur irgendwo hingehen wollen, wenn sie zufällig Zeit haben, sondern die sich für die Grundlagen und Möglichkeiten interessieren und einen Plan haben. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich über jede und jeden von Ihnen, die heute hier zu uns gekommen sind, freue mich sehr auf die beiden Vorträge und die anschließende Diskussion und bitte jetzt unsere Moderatorin Barbara Scherle auf die Bühne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank.